So, bam presto! Da sind wir im nächsten Fußballspiel. Der gute Rio und ich. Das läuft jetzt auf Japanisch, hast du gesagt, ne? Richtig. Alter, was ist das denn? Das sind hier jetzt so richtig mit voll die Kampfroboter und Godzilla macht anscheinend auch mit. Ja, also hier fällt schon mal Uruguay gegen Holland aus. Aber Pandoras Boxe ist dabei. So, wir wissen nicht, was wir drücken müssen. Drück einfach. Ja, wir wissen es beim Presto, mach mal hin. Hm. Äh. Drück du mal irgendwas. Ich kann ja nichts machen. Alter. Jetzt müsste man Japanisch können. Ja, das wäre voll hilfreich. Äh. Okay. Ey. Ich glaub du spielst alleine jetzt. Ja, ich glaube das spiel ich nur. Das hab ich wieder zurückgedrückt. Ey, leck mich doch. Dann geh doch mal ganz zurück. Ja, wie? Was? Was ist jetzt los? Das ist mir gerade tätig. Aber... Sind jetzt die Nummern aufm Spielfeld? Nein, Mann. Ey. Los geht's. Ja, dann äh. Ich versuch das mal kurz. Ich schätze mal, ich werde es nicht zu Ende spielen. Was geht denn da? Alter, das ist ja wohl... Ja. Wer bitte hat sich das ausgedacht? Was ist das für ein Scheiß hier? Es juckt ihn gar nicht, ne? So ein... So ein World Cup... Nintendo World Cup Schuss aber was soll's. Wenn man halt ein Roboter ist, dann macht man das so ein bisschen so automatisch. Kann man auch ganz einfach halten. Richtig. Super. Okay, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Irgendwie steht es gerade 1 zu 0 bei mir. Ja, ist ja auch so, weil ich gerade in mein eigenes Tor gelaufen bin. Ach so, okay, dann sehe ich ja gerade alles richtig dacht. Was ist denn hier los? Ich weiß nämlich nicht, wer von denen da gerade du bist. Das weiß ich auch nicht, weil alle unterschiedlich aussehen. Also ich weiß, dass die Grünen auf jeden Fall auf meiner Seite sind. Oh, jetzt macht er aber hier den Megaschuss. Oh, Feuerball. Und der wird locker gehalten. Was geht denn jetzt? Also irgendwie... Okay, ich mache diese eine Halbzeit zu Ende und danach werden wir das beenden. Dann habe ich zumindest ein kleines Stück von diesem Spiel in meiner tollen Fußballliste. Ich glaube, du hast hier gerade schon wieder ein Eigentor geschossen, oder? Nee. Aber er macht jetzt ein Tor. Nee, hat er geheilt? Alter, was ist das denn für ein Bullshit? Wozu können die überhaupt Superschüsse, wenn da nichts... Vor allen Dingen, du siehst doch nicht mal, wie der Penner hält. Und diese Assi-Musik dazu. Ist das ein Bullshit? Das ist... Definitiv, das ist so ein Bullshit. Dann lass es lieber sein, weil das ist ja wirklich Großhafte, der hier dabei rauskommt, ey. Ja, liebe Leute, ähm... Ich werde es zwar hochladen, aber damit hat sich das erledigt. Wenn irgendjemand dieses Spiel kennt, wahrscheinlich werden das alle, außer mir. Und Ryu, der kann mir bitte sagen, was man hier genau machen muss, um irgendwas in diesem Spiel zu erreichen. Und mit diesem Abstoß sage ich ciao.